Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders, wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von X-Chelda zu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Wie? Das war's für heute.